Erstaunlich unterschiedlich und doch in Firmen gleich. So sind die Ansbacher Grizzlys. Das haben wir in einer Umfrage herausgefunden, die die Spieler auf dem Weg zum ersten Freundschaftsspiel der Saison ausgefüllt haben. Was dabei herauskam, seht ihr hier. Der jüngste Grizzly hat mit seinen 20 Jahren gerade erst das Teenageralter verlassen. Der älteste dagegen erblickte bereits 16 Jahre früher das Licht der Welt. 25 Jahre alt ist ein Spieler im Durchschnitt. Ein Grizzlybär ist im Normalfall ziemlich groß. In Ansbach hat er höchstgewachsen eine stattliche Größe von fast zwei Metern. Auch der Durchschnitts-Grizzly kann sich mit einer Größe von 1,84 durchaus sehen lassen. Der kleinste misst 1,68 Meter. Ein Footballspieler darf im Gegensatz zu Athleten manch anderer Sportarten etwas an Gewicht mitbringen. Durchschnittlich wiegt ein Ansbach Grizzly knapp 97 Kilo. Mit 72 Kilo ist der leichteste aber ein echtes Fliegengewicht. Zwischen ihm und dem schwersten Spieler liegen ganze 58 Kilo. Grizzlys findet man in der Regel in Nordamerika. Auch bei den Ansbachern kommen immerhin 8 Prozent aus den USA. Doch mit 71 Prozent ist die große Mehrheit des Teams in Bayern geboren. Drei Jahre und vier Monate lang fühlt sich der durchschnittliche Spieler schon als Grizzly wohl. Das Bärenjungelnteam ist erst seit zwei Monaten dabei. Etwa zwölf Jahre kürzer als das langjährigste Mitglied. Football bedeutet vieles auf einmal. Wir haben die Grizzlys gefragt, mit welchen Wort sie den Sport beschreiben würden. Hört man die Antworten, wird einem sehr schnell klar, um was es geht. Football ist für die Ansbacher vor allem Familie und Leidenschaft, aber auch Hingabe, Brüderlichkeit und Teamgeist. Ein Grizzly muss natürlich in Form sein. Um die Muskeln zu stellen und an der Kondition zu arbeiten, gehen 32 Prozent ins Fitnessstudio und betreiben dort zum Beispiel Kraftsport. Zu einem echten Zweikampf kommt es bei der Frage nach der Lieblingsmannschaft der Ansbacher Spieler. Etwa ein Viertel des Teams unterstützt die Seattle Seahawks. Beinahe genauso viele sind Fans der Pittsburgh Steelers. Ein Footballspieler, der sich den Superbowl nicht ansieht, kaum vorzustellen. Zumindest bei den Ansbach Grizzlys. Jeder einzelne hat die Entscheidung über die amerikanische Meisterschaft 2018 angeschaut.